Herzlich Willkommen zu einem neuen Unboxing und kleinen Hands-On-Video. Heute, nachdem wir letztes Mal noch den Weltclip unter den kleinen Accessoires hatten, heute mal das Armband für Sport und sonstige Tätigkeiten, Joggen, Schwimmen, Radfahren und ähnliches, wieder einmal von Liveproof und dementsprechend, wie ihr hier auf dem Bild ganz gut sehen könnt, natürlich auch zu der passenden Liveproof-Hülle für das iPhone 5. So, dann gucken wir mal, was haben wir hier drin? Ja, die übliche Owners Manual, auch hier wieder leider, leider in French und English. Jetzt klebt hier schon der Tesafilm an mir fest. Hier haben wir einmal, ich denke mal, das soll die, ja genau, das ist die Lasche, zum befestigen. Ja, hier also die beiden Teile, Patent Pending, auch interessant. So, und hier ist die, zugegebenermaßen, das ist mir bei der anderen schon aufgefallen, immer wieder recht groß wirkende, oder das, das in diesem Fall recht groß wirkende Armband. Hier kommt also das Handy rein, hier haben wir auch wieder das Liveproof. Das Band an sich fühlt sich schon ganz gut an, ganz wichtig auf der anderen Seite, ne, das was jetzt wirklich auf den Oberarm drückt, das fühlt sich relativ weich an. Das ist also mit Sicherheit in Ordnung. Hier oben, auch wie vom Bellclip, wieder unsere Befestigungsmöglichkeit, oder unsere Feststellmöglichkeit, etwas schwergängiger als beim Bellclip, aber ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil, ich meine, das wird man, wenn es einmal dran ist, sag ich mal, beim Joggen oder so, wahrscheinlich eher weniger oder eher seltener rausnehmen, als bei dem Bellclip. So, hier auch nochmal die vier Proofs als kleines Symbol. Der Rest geht, oh, sehr interessanter Klettverschluss hier, geht per Klettverschluss und hier haben wir auch schon so grob eingeschrieben, doch, man kann es erkennen, ne, da genau. XSSML, XLXXL und bis zu 3XL, also ich versuche jetzt mal ganz kurz auf die Schnelle. Ja, doch, hier hinten steht es sogar drauf. Da haben wir es, Fit Bizeps Measuring 10 to 23 Inches, sind also, ach, das ist ja praktisch, also in Zentimeter umgerechnet 25,4 bis 58,4 Millimeter Oberarmumfang dürfen wir haben. Ansonsten sieht man hier auch schon, rollen wir das mal weg, es ist also sehr, äh, sehr nicht, aber angenehm flexibel auch, ne, nur für den Fall das. Und, ja, achso, ich glaube, jetzt nehmen wir das hier erstmal aus, genau, schon gefragt, wie es jetzt hier weitergeht. So, das ist also die Hülle von hinten. Ganz blank, hier diesmal auch kein Medaillon drin, sondern einfach nur die feste Hülle. Achso, logisch, das soll ich jetzt also ungefähr, desired position, genau, äh, ungefähr dahin machen, wo ich es gerne hätte. So, so, nee, Quatsch, andersrum natürlich. So, genau, ähm, ha, hm, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ähm, ich werde es auch hier, wie bei dem Weltclip, wahrscheinlich nicht groß tragen, oder werde dazu ein, äh, neues Video machen, nach, äh, ein, zwei Wochen, ne, ne, einen kleinen Erfahrungsbericht und alles, was dazu gehört. Deswegen nehme ich jetzt hier einfach mal Proforma L. Okay, also, halten wir schon mal fest. Also, es gibt, wie ihr ja an der Anzahl der Löcher hier seht, ähm, fast, ja, ich nehme mal an, in Zentimeterabständen, ähm, Möglichkeiten, das Ganze hier zum Einrasten zu bringen. Da ist also eine nahtlose Verstellung. Überhaupt kein Problem. So, ja, jetzt sollen wir es natürlich einmal durchdrücken. Das haben wir schon gemacht. Und dann bitte, mit dem Liveproof, also, das hier, so rum, hier draufdrücken. Das rastet schön ein. Klingt auch alles ganz fest, soll auch so sein. Zack. So, alles fest, alles super. Und, achso, ja, klar, äh, jetzt also, äh, jetzt das Ganze so drehen, richtig. Und dann, denke ich mal, geht das, wenn man denn dann den Arm schon drum hat, hier durch. Nicht wahr? Nicht wahr? So, ja, denke ich mal. Das Maß hat man natürlich jetzt vorher ganz präzise eingestellt, dass da eben auch nur der Arm durchpasst. Und das kann ich euch jetzt schon verraten, ist für mich auf jeden Fall zu viel. Aber jetzt kann man es halt hier auch nochmal ein bisschen regulieren. Ah, okay, jetzt wird einem hier noch empfohlen, äh, das, was hier so rumbaumelt, äh, abzuschneiden. Man kann es natürlich auch dranlassen, dass, äh, vom Stoff her, also, das ist, glaube ich, Nylon, wird also nicht aufribbeln oder so. Aber, naja, ich meine, ne, falls dann doch mal jemand anderes benutzen möchte als ich, sehe ich da jetzt erstmal kein, äh, Problem, das Ganze dran zu lassen. Das könnt ihr natürlich alle selbst entscheiden. So, und wenn man es dann hat, würde man das hier quasi so um den Arm drum machen. Und dann einfach hier ordentlich, hoppala, oh, da ist, also der Klett ist auf jeden Fall gut. Zack, so festmachen und fertig. Ne, also stellt euch jetzt einfach euren Oberarm bereits drin vor. Ähm, Life Proof, also so, hoppala, so wäre selbstverständlich oben, ne, hier ist wieder euer Release. Jetzt weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, das habe ich auch bei dem Bell Clip nicht ausprobiert. Merke ich mir auf jeden Fall für den Erfahrungsbericht, ob man das auch so rum reinpacken kann, das ist offensichtlich möglich. Ist eventuell ganz praktisch, weil man ja hier, äh, die Kopfhörer, oder den Kopfhöreranschluss beim iPhone 5 jetzt unten hat, dass man dann, wenn man zum Beispiel, dass ich, äh, wasserfeste Kopfhörer hat oder auch beim Fahrradfahren oder ähnliches, äh, dass das Kabel nicht irgendwo hier unten rum baumelt, wenn man es dann so rum drin hatte. Und, äh, möglichst der, der Kabelweg bis zum Ohr, also möglichst kurz ist. Ich packe das Ganze jetzt mal ordnungs- oder sinngemäß richtig rum rein. So, zack, da ist oben. Auch hier gilt wieder, das ist schon relativ fest, aber, äh, Autsch, geht doch nicht so einfach. Umso besser. Jetzt haben wir es wieder rot, äh, schön farblich markiert. Und, äh, jetzt gilt wieder, äh, da geht rein nix mehr. So, wenn die Dudes noch. Und, äh, ja. Soweit also zum Unboxing und zum ersten Hands-On, beziehungsweise zum Zusammenbauen des Live-Proof-Armbands für die iPhone 5-Hülle. Ansonsten, auf den ersten Blick kann ich nur sagen, genau wie der Bell-Clip überzeugt mich das Produkt durchaus. Also, Verarbeitung sieht soweit, äh, ganz okay aus an allen Stellen. Das Band, oder die, beziehungsweise hier diese, äh, Einstellmöglichkeiten sind super variabel. Da hat man also wirklich alle Möglichkeiten offen. Und trotz allem, äh, also es ist natürlich nicht ganz stufenlos, aber ich denke mal, äh, auf einen Zentimeter genau kann man das schon als sehr variabel bezeichnen. Äh, und mit dieser Methode hier zum, äh, zum Fixieren des Bandes, denke ich mal, ist das Ganze auch relativ sicher. Der Klettverschluss tut sein Übriges. Und wie gesagt, was ihr dann hier mit diesem, äh, ja, bisschen Überrest macht. Ich würde ihn erstmal dran lassen, ähm, ob der Arm irgendwann mal dicker oder dünner wird, sei es dahingestellt. Oder ob man es vielleicht einfach nur, was viel mehr Sinn macht, äh, einer zweiten Person geben möchte. Das sei, wie gesagt, euch überlassen. Dann sage ich erstmal wieder Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ähm, auch hier sind alle eure Fragen fürs Erste, äh, beantwortet. Ich hoffe, ihr konntet all das sehen, was man denn gerne gesehen hätte bei so einem Unboxing. Und, ähm, ja, danke fürs Zuschauen, Anmerkungen und Ähnliches bitte unten in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, einmal auf den Gefällt-mir-Like-Whatever-Button, je nachdem. Ihr wisst, was ich meine. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.